Ich bin aber schon männlich. Ja, ja, bist du. Also man sieht auch wirklich, dass ich männlich bin. Ich bin auch wirklich ein Mensch. Ja, bist du. Ja, du bist ein wichtiger Mensch. Ja, bist ein richtiger Mann. Aber nur Ingame, Lul. Moin, willkommen zu diesem Video auf dem offiziellen Skate-Stell. Heute machen wir was ganz Besonderes. Und zwar werden wir heute Wer Bin Ich spielen. Sollt ihr jeder von euch kennen? Wir denken uns jeweils für unseren Sitznachbarn eine Person bzw. irgendetwas aus Clash Royale aus. Muss die Tate sein, kann auch was anderes sein. Und wir versuchen dann praktisch, das, was wir auf der Stirn stehen, haben zu erraten. Wir dürfen dabei nur Ja-Nein-Fragen stellen. Zum Beispiel, bin ich männlich? Wenn die Person dann männlich ist, die ich bin, dann darf ich weiter raten. Also wenn die Antwort auf meine Frage Ja ist, darf ich weiter raten. Wenn sie Nein ist, ist der Nächste. Wer zuerst die Person erraten hat, die ist, der gewinnt. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Also eine Begrenzung noch. Wir haben gesagt, wir machen keine Elixier, Seltenheit oder ob es eine Gebäude oder Truppe, Lufttruppe, whatever ist. Das heißt, darauf begrenzen ist, damit es nicht zu einfach ist. Aber ansonsten kann man eigentlich alles fahren. Ja, weiter. Gibt es jetzt? Ist das besser? Ja. Hi. Hä? Bixfin fängt an. Okay. Okay, bin ich männlich? Nein. Nein. Sam hat gerade gemacht, okay. Ja gut. Ich tue mal was, ob ich nichts weiß. Bin ich, äh... Bin ich, bin ich, äh... Männlich? Männlich? Ja. Ich bin männlich. Ja. Aber ich bin keine normale Katern-Teschwein. Ja. Ja. Bin ich Barbarenkönig? Nein. Ist das... Es gibt ja gar nicht. Ja, aber... Barbarenkönig gibt es auch in Clash Royale. Ah, ich hab ne Idee, was ich sein könnte. Herr der Morten. Ich bin dran, ich bin dran. Ähm, bin ich ein Zauber? Dürfen wir das fragen? Ja, darfst du fragen. Nein, nein. Okay, mach ich Flächenschaden? Das kann ich einfach fragen. Du bist nicht dran. Du bist, nein. Oh, Manu. Habe ich ein Zauber? Hä? Ja. Ja. Bin ich männlich? Ja. Ah. Aber ich bin schon eine Karte in Clash Royale, oder? Ja. Perfekt. Bin ich menschlich? Ja. Ja. Habe ich einen Bart? Ja. Bin ich eine einzelne Truppe? Oder... Also bin ich eine einzelne Truppe? Ja. Ja, huch. Ähm, bin ich groß? Nein. Ich will das nur raten. Bin ich ein Zauber? Ja. Bin ich vor 2018 ins Spiel gekommen? Nein. 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 Okay. Ähm. Sitze ich auf einem Turm? Ja. Ja. Ich bin männlich. Ja. Dann bin ich der... Wie nennt man den denn? Den Königsturm-König. Ja. Okay, 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 okay. Bin ich eine Truppe? Ja. Wurde ich vor 2018 releast? Ja. Sorry. Wurde ich. Ähm. Bin ich eine einzelne Truppe? Ja. Aber ich hätte so gute Fragen, wenn ich jemanden als Truppestellen kann. Habe ich einen Helm auf? Nein. Mann. Oder? Ähm. Ja. Schwierig. Semi. Stell mal eine andere Frage. Okay, so einen halben... Stell eine andere Frage, weil es ist nicht ja, nicht nein. So einen halben Helm, wie nice. Bin ich komplett broken? Nein. 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 Oh Mann. Wurde ich vor 2018 releast? Ja. Ja. Äh, ich sag mal, ich war dritter. Naja. Ich bin nach 2018 releast worden, richtig? Ja. Genau. Aber ich schaue in den Gebäuden. Ja. Ja. Bin ich der Abdeben? Ja. 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 Ich weiß nicht, wo stehen wir halt ja auch gegangen. Eigentlich. Insamt. Ah ja. Bin ich männlich? Nein. 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 Toxic. Ich bin vor 2018 releast worden. Ich bin männlich. Ich hab ein Bart. Ich bin eine Truppe. Ich hab halt erst an Ritter gedacht, aber was gibt's denn da noch? Ich dachte Royal Giant, aber der ist ja nicht... Also der ist ja groß und ihr habt ja gesagt, er ist nicht groß. Nein. Aber wahnsinn, mehrere Truppen, das geht auch nicht. Mhm. Was gibt's denn da noch? Prinzessin mit Damenbart. Ah ja. Ach so. Äh. Bin ich der Eismagier? Nein. Hm. Ist das scheiße jetzt. Bin ich weiblich? Ja. Bin ich vom Anfang an im Spielen drin? Ja. Ja. Bogenschützen? Nee. Freu dich. Bin ich ein Magier? Ja. Bin ich der Magier? Ja. Ja. Ach so. Ach Junge, ich hab bestimmt so eine richtige Rotze. Ich wusste das mal unterscheiden. Eigentlich, aber wenn du eine Frage mit dem Geschlecht, da hättest du eigentlich überlegen müssen, wie wir da so gezögert haben. Es gibt so... Na gut, mehr sag ich nicht. Ich hab gesagt, sie ist weiblich, also. Ja, ist richtig. Aber wir haben gezögert. Ja, weil du dumm sei. Bin ich ein Magier weiter? Ja, ich bin ein Magier weiter. Er ist nicht von Anfang an gespielt. Ich gebe dir jetzt hier, viele würden es nicht als Frau beseitigen. Nice. Jetzt weiß ich es immer auch nicht, ja? Okay. Jetzt war es aber unbedarbar. Es gibt doch eine Truppe im Spiel, aber die wurde ganz lange, davon gibt es zwei Arten. Ja, Packer oder was? Mini Packer. Ja, Mini Packer. Aber es war kompliziert, es war nicht ganz einfach.